Wer braucht Krake Paul, wenn er Pepi und Koka hat? Zwei weiße Chetland-Ponys geben für jedes Spiel der deutschen Mannschaft bei der EM ihre Pony-Prognose ab. Auf dem CHIO-Gelände geht's über eine Kurzdistanz hin zum Eimer, der das Glück verspricht. Es geht um die Möhre. Zweites Gruppenspiel Deutschland gegen Polen. Zuerst einmal sieht es jetzt nach Abtastphase aus. Oh, aber jetzt kommt Deutschland, legt den Vorwärtsgang ein, zeigt Polen, wo der Hammer hängt. Ein ganz klarer Sieg für Deutschland, wenn es nach der Pony-Prognose geht. Hier nochmal die Wiederholung. Schöner Antritt vom deutschen Pony. Da kommt Polen gar nicht mehr hinterher. Das wird eine ganz, ganz klare Sache. Lokal-Partner. Be trucier, Everton! Whoa, 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 whoa! Whoa, 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 whoa! Whoa, 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 whoa! Whoa, whoa, whoa! gł важ gotta, enthusiastic.